So vor Ort von Dubai, glaube ich. Dubai, ja. Genau. Wie weit bist du da eigentlich im Spiel, Peach? Das ist irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Also ich will jetzt mal behaupten, die habe ich schon richtig drin. Oder? Ich glaube, ich muss die Stäbe vielleicht ein bisschen anders einstellen. Aber ich habe doch acht, ja, acht hoch und acht runter. Vielleicht nicht so daneben. Nicht so. Was? Vielleicht auch so. Nee. Sie müssen bestimmt anders. Die müssen ganz bestimmt anders. Aber wie? So was haut du mal. Okay, wir müssen da rechts. Okay, wir müssen da rechts. Okay. Huh! Ja, guck an! Oh! Bin ich wohl doch noch drauf gekommen, wa? Halt da, zack. So, das ist ein Flugschutzkommissator sein, ich habe keine Ahnung. So. So, ich habe doch. Habe ich die andere jetzt an? So, mir ist es doch auch an. Das ist an, das ist an. Vielleicht ist das nicht so gut. Aber ich habe das doch. Wie sie funktioniert. Die Stäbe habe ich doch auch richtig drin. Wie lang greifst du denn heute? Viertelstunde mache ich hier noch rum und dann mache ich noch ein bisschen arg. Vielleicht ist es zehn, denke ich mal. Kannst du die in die Mitte stellen? Sehr gut. Voll gut. Ja, bis gleich, Johannes. Das ist ja ein Rätselspaß. Morgen möchte ich das auch spielen, mein Opa hat Geschmack. Ach, wie schön, Cassie. Ja, schenk. Also, wenn er möchte, ich schenke ihm das Spiel. Wenn er es wirklich möchte, sagt mir Bescheid. So. So. Also, folgendermaßen eingestellt ist, das haben wir doch so. Strömungskreislaufstab. Das ist dasselbe. So, das muss doch hier hin. Opsa. Zurück zum Spiel. Das muss hier hin. Und das muss da hin. Das verstehe ich nicht. Ja, bis dann, Tune4Life und guten Appetit. Das ist es nicht so, was er nicht schenken lässt. Auch schade. Würde ich halt schon machen. Bazinga, hi. Geil. Alles Süße, passend zum Spiel. Voll gut. Willkommen zurück Johannes. Alles. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Vierkreis. Ist damit auch irgendwas auf sich? Ich probiere mal was aus, aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Schade. So. 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 Bye-bye. So. So. Warte, das war jetzt der. Ah ja, genau. Der falsche. die stangen sind dann eben platz bin ich nicht gut bin ich nicht gut geil ich hab's ja eigentlich im endeffekt so gemacht dass also vier phasen vier ecke kreislauf ist rund so hab ich das jetzt mal ja ach wie schön das macht mich ganz stolz sie fahren hier an tour hi wie geht's wie steht's was sind ja gut sehr gut danke und sehr ich komme zum stund aua 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 wahrscheinlich wenigstens beigi gut top ja ich bin erkältet oje gute besserung ich muss natürlich gute besserung und ich hoffe es nicht allzu trage ich bin froh, dass wir jetzt den Maschinenraum haben eigentlich finde ich es gar nicht so gut, dass wir da runter gehen die Hunde fahren, guck mal was geht es die tiefgeizung runter geht die tiefgeizung runter geht Get down, get down, get down, get down, wie geil, wir kommen zurück, yuppie, wir haben es geschafft, habe ich schon durchgezockt, aber alles weiß ich nicht mehr, ich habe das noch gar nicht gespielt, das war das erste, das ist das erste mal, weshalb ein Kerker, ein Kerker, das war jetzt auch kontraproduktiv, was ich gemacht habe, weil ich habe nämlich glaube ich auch fast gar keine Zundebüchse, ja, zwei, okay, genau, nee, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber schon sehr spannend, so, hallo, hallo, na super, es hängt, immer wenn ich sowas irgendwie schiebe, stöhnt da einer, was das wohl zu bedeuten hat, ich brauche noch ein bisschen Öl, Was? Okay, da hinten ist was, aber wir machen ja erstmal hier, Das jetzt habe ich natürlich keine ... Zunderwüchsen mehr! Hier! Zunderwüchsen. Sehr gut. Noch mal Zunderwüchsen. Ich weiß nicht, wir sind hier wirklich im Kerker. Leg doch mal den Arsch, da würde ich jetzt nicht wohnen wollen. Aber wer möchte das schon, ne? Wer möchte das schon? So. Zellenbereich 1 sind wir. So, hier, warte mal. Gib mich hin. Der hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Das ist natürlich kontraproduktiv, als ich mich auch mitten im Licht verstecke. Komm. Machen wir uns mal ein bisschen heilig ... heilig ... heilig ... heilig ... heilsch ... Okay. Ich tente es, daqui könnte aussehen ... Okay. Vielen Dank.